Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Agario. Heute ist die Mama am Start. Mama hat euch alle lieb und zwar zum Fressen gern. Ja, warum macht das Spiel so viel Spaß? Ich weiß es nicht. Es macht auf jeden Fall einen Heidenspaß. Komm, komm mal kleiner. Der ist noch ein bisschen zu groß. Müssen wir noch ein bisschen Fressi-Fressi machen. Also für alle, die das Spiel hier sehen und es noch nicht ausprobiert haben. Jam, jam. Komm zu, Mama. Schnapp, ihr Nächste. Ja, für alle, die es noch nicht gespielt haben, ihr solltet es wirklich erst ausprobieren, bevor ihr schimpft. Das sieht so schrottig aus. Es macht einen Heidenspaß, obwohl es nur so ein kleines Brosa-Game ist. Macht echt Fun, kann ich nur sagen. So, und jetzt frisst Mama sich die Wampe voll. Ja, komm mein Freund, komm lol. Was gibt es denn da zu lachen? Lachst du über Mama? Das macht einfach Spaß. Da unten der Kleine. Na, naja, der ist mir zu schnell. Hier, da kommt doch einer. Einer muss doch. Komm zu Mama. Nee. Da hat er. Ja. Noch ein Stückchen. Noch ein Stückchen. Mama hat Hunger. Komm. Komm, Kleiner. Nee, er will nicht. Jetzt sieht er ab. Jetzt hat er sich geteilt. Moment. Den kriegen wir noch. Den kriegen wir noch. Schnapp. Mama hat wieder. Mama ist schon auf Platz 1. Was ist das denn? Als Mini-Kugel. Was ist denn hier los? Das muss ja wirklich gerade gestartet sein. Oh, zack, bin ich schon Platz 2. Wurde ich überholt. Oh, jetzt muss ich aufpassen auf meinen kleinen Trabanten. Ja, der mich umkreist. Und es wird da auch gefressen. Aber den kann ich vorschicken, weil er ist ja ein bisschen schneller. Komm. Oh, war immer lecker. Nein. Jam, jam, jam. Hier wird gefuttert. Ich muss noch ein bisschen wachsen. Das ist alles noch ein bisschen klein. Platz 1 ist ja alles lächerlich. Platz 2, Platz 3 bin ich jetzt. Da der. Nee. Nee, den kriege ich nicht. Der ist zu schnell. Der passt auf. Ja, muss ich einfach mal so ein bisschen fressi, fressi machen. Ja, Leute, wirklich probiert es aus. Das macht wirklich einen Heidenpfannen. Einfach nur ein bisschen fressen. Das Urprinzip, ja. Der Stärkere frisst den Schwächeren. Ja, von der Zelle an. Original. So ist das Leben. Komm, Erik. Schnapp. Wieder einkassieren. Sehr schön. Mama wächst. Hier der Kleine. Ach, was. Der lohnt sich gar nicht. Der winzige Happen. Jetzt müssen wir mal ein bisschen, versuchen wir mal den mal in die Ecke zu quetschen. Ich weiß ja nicht, wo unten die Ecke ist. Oh, mal den mal ein bisschen Angst machen. Nee, den kriege ich nicht. Der rennt da drum herum. Da sind ein paar kleine. Kriege ich die einfach mitten durch. So ein bisschen da hinten. Die ärgern sich gegenseitig. Jetzt muss ich noch aufpassen, wenn er den frisst. Oh, oh, oh. Oh. Nein, nein. Wartet, wartet. So, jetzt wollen wir nochmal sehen. Den einfressen wir. Schnapp. Wieder ein Stück größer. Und jetzt bin ich so groß wie unten der Kaito. Jetzt könnte ich den auch noch fressen. Der da hat einen. Nee. Mal gucken. Ich bin auf Platz 5 abgerutscht. Das ging ja schnell. Naja, okay. Wir sind ja nicht wirklich groß. Jetzt müssen wir wirklich aufpassen. Viele Kleider unterwegs. Kleine Scheißer. Die kann man aber alle nicht fressen. Das bringt nichts. Wenn ich jetzt eine Zellteilung mache, dann ist die Mama viel zu klein. Da, der Kartoffelrambo unten. Der Sepp hat hier alles rumrennt. Schnapp. Das war gut. Ziemlich in der Mitte. Platz 3 immer noch. Komm zu Mama. Hört keiner. Warte, jetzt versuchen wir mal. Nee. Das hat nicht geklappt, wie ich das wollte. Da stelle ich mich noch ein bisschen zu dämlich an. Na. Der da hinten. Kann ich gar nicht aussprechen, das. Das ist mir viel zu kompliziert. Aber einquetschen kann ich ihn. Komm, ich quetsch dich weg. Ich quetsch dich weg. Schnapp. Hätte gar keine Angst haben brauchen. Ich war doch gerade genauso groß wie er. Aber wenn er sich teilt, selber schuld. So. Ja, die Sache sieht schon ganz gut aus. Tade, hallo. Den werden wir wegnaschen. Hallo, hier ist Mama. Komm zu Mama. Du kommst zu Mama, ob du willst oder nicht. Bleib stehen. Schnapp. Haha, sehr gut. So, jetzt haben wir schon eine einigermaßen Größe erreicht. Aber immer noch Platz vier direkt wieder. Hm. Ja, geht ziemlich schnell. Viele, 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 viele kleine unterwegs. Da fliegt Steam durch die Gegend. Na, na. Hier der. Der teilt sich schon. Der haut schon ab. Der olle Feigling. Guck mal, die ganzen kleinen, die lohnen sich fast gar nicht. Wenn er sich da reinteilt, da muss man aufpassen. Ich weiß nicht, wo die anderen größeren sind, ja. Dann werde ich von denen gefressen, wenn ich ja nur noch halb so groß bin. Deswegen müssten wir an und für sich so ein bisschen mal das Gebiet erkunden. Man muss immer was riskieren. Nicht zu viel riskieren. Das ist wirklich der ganze Spaß da dran. Guck mal, der da. Der ist größer wie ich. Bumm. Der Trottel fliegt direkt rein. Hier unten. Da der Russe. Hm. Der ist auch zugeschickt. Mal gucken. Hier. Teilen wir uns mal nach oben. Mist. Auch nicht das gewünschte Ergebnis. Da der. Der ist in viele tausend kleine Teile. Den werden wir haben, wenn wir uns jetzt einklinken. Mal gucken, ob das klappt. Den kleinen schnapp ich schon mal. Ja, 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 ja. Gib mir den. Hamm. Ja, das sieht gut aus. Die sind alle für Mama. Kommt her. Hamm. Schnapp ihn. Hahaha. Mama ist auf Platz 1. Hahaha. 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 Wusste ich doch. Mutti ist die Beste. Kommt, meine kleinen Scheißer. Na, ihr sollt euch nicht streiten. Kommt lieber zu mir. Ne, das ist doof. Hm. Jetzt sende ich mal den kleinen vor, ob mich ein größerer fressen will. Dann komme ich mit der großen Mama hinterher. Mama ist schon so groß. Sie hat einen eigenen Trabanten. So dick. Weißt du, ne? Fällt mir der Elbandi ein. Haben eine dicke Frau in den Laden. Die wurde mal so dick, dass sie von zwei anderen umkreist wurde. So dick sind wir noch nicht. Wenn nur von einer umkreist. Oh Mann. Hahaha. Ah. Hier unten. Kriegen wir da noch was? Ja, das ist wirklich super spaßig, das Game hier. Also ich kann es wirklich nur empfehlen. Oh, hier ist aber alles. Hier ist ein bisschen doof. Der will mich da einbauen. Der, der, der Drecksnazi da oben. Scheißnazi. Der hat mich auch ganz gut eingemauert, muss ich sagen. Jetzt muss ich gucken. Wie komme ich denn da durch? Hier unten höchstens. Da hat der will mich fressen. Na, komm zu Papa. Ne, zu Mama. Nicht zu Papa. Schnapp. Amen. So, Mama steht auf Platz 1. Ganz oben in der Fressordnung. So ist das richtig. Ja Leute, ihr müsst wirklich nur wissen, zum welchem Zeitpunkt ihr euch teilt. Das ist die ganze... Und ein bisschen Glück haben musst du auch. Das ist die ganze Kunst. Im richtigen Moment teilen. Im richtigen Moment fressen. Ausweichen drumherum. Andere zerstören. Na, da ist es wirklich. Da, oje. Der ist nicht groß genug, dass ich mich fressen kann. Oben der Ruski. Wann heißt das überhaupt, was da steht? Kann ich leider nicht lesen. So, jetzt wollen wir mal gucken. Ob wir hier noch irgendwas anderes... Ich will ja die Weltherrschaft haben. Mit den zwei Minikugeln habe ich doch noch nicht die Weltherrschaft. Mama ist die Beste. Der Steam, der umkreist sich da die ganze Zeit, der nervt mich schon. Die Kleiden da. Die Puppi Männchen da. Wie im Leben. Mama wird umkreist von kleinen Futzl. Flöte piepen. Komm. Na. Komm näher. Mama hat dich lieb. Ja, da kommt was. Ja, ja. Oh, da sind viele, viele. Feines Fressi, Fressi. Lass das sein. Ja, gut. Ramin. Jetzt hier schnappen. Da oben. Pass auf. Schnipp, schnapp, schnapp. Und jetzt. Einer von euch beiden. Der muss dran glauben. Wer möchte es sein? Der da. Nein. Das hat nicht geklappt. Schitte. What the fuck? Was ist hier los? Guck mal. Wenn hier einer anfängt zu fressen, dann ist es vorbei mit der Mama. Oh nein. Komm, komm. Warum ist der Scheiß-Nazi? China. EA. Jawohl. EA wird gefressen. Oh. Lolololo. Das ist nicht gut. Nicht gut. Wir müssen Dampf ablassen, damit die Mama Gas geben kann. Komm. Fress, fress, fress. Die Große wieder auf. Nein, das schaffst du nicht. Das schaffst du nicht. Oh, stinkender Käse. Nein, nein, nein. Oh je, oh je, oh je. Das Deutsche Reich, das würden wir auch fressen. Was hier alles immer, wieso kommt man immer auf so Nazi-Kram-Namen? Nazi, ein deutsches Reich und Hitler sehe ich auch immer. Was so die Scheiße. Aber naja, manche brauchen es halt anscheinend. Wenn es schön macht. Der Sau-Sack, was will der? Der will wirklich unsere kleine Murmel fressen. Wart mal, wenn ich mich verbinde, dann fress ich dich. Du Mist, Sack. Du Elender. Deine hässlichen Fratze. Oh, jetzt habe ich mich aber... Wer man reviert, wenn ich mich langsam verbinde. Ja, gib mir. Nein, du nicht. Arschloch. Verdammt. Drecksack, Elender. Oh je, oh je. Jetzt bin ich fällig. Oh weia. Oh weia. Oh weia. Oh weia. Oh ho. Nein. Nicht. Oh ho ho. Der Nazi wollte schon immer fressen, die Sau. Ja, das Russ geht hinter mir her. Jetzt schnell, schnell, schnell. Abpumpen, abpumpen. Ja. Noch ein bisschen. Lasst die Finger da weg. Naja, habe ich mich wieder ein bisschen geteilt. Oh je. Kriege ich mich wieder zusammengefügt. Das weiß ich nicht. Obwohl hier sind so viele kleine. Könnte ja nochmal gut gehen. Oh oh. Oh oh oh. Oh nein. Nein, nein. Ach du Scheiße, das sieht nicht gut aus. Helft Mama. Los meine Kleinen, komm zu mir. Oh shit. Oh oh. Da oben. Da kommen alle Mögelchen. Das ist nicht gut. Los, ich muss mich verbinden. Drumherum. Los, komm. Schnapp, schnapp. China kommt. China kommt. Nein. Geh weg. Warte, 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 warte. Da verbinde ich mich schon so. Na. China. Das kannst du vergessen. Das kannst du vergessen. Du kriegst mich nicht. Das klappt nicht. Sau. Und unten der Dodge, der will mich auch noch fressen. Der Doge. Ich weiß, ich mach nur Spaß. So. Zack. Jetzt, jetzt, jetzt. Wohin jetzt? Jetzt bin ich wieder groß. Jawohl. Ah, Schwein gehabt. Seht ihr? Mama ist auf Platz 3. Naja, ich würde sagen, das reicht doch für jetzt. Lang genug gespielt. Wart, 14 Minuten gegen der Graben schon wieder. Ja, Leute. Es macht wirklich dir Spaß. Es macht wirklich dir Spaß. Ich kann es euch nur empfehlen. Baddick. Oh mein Gott. Was für Namen hier auch gibt. Naja, gut. Wir sehen uns wieder. In diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal. Habe die Ehre. Tschüss. Die Mama frisst alle.